Transformator Kabel. Entwickelt für Rasenmäher-Roboter, Gardena Smart Robotik MOWER Sileno. City 250-500-1000 für Modelle ab Jahr 2018-2019. Niederspannungskabel. Hochwertiges Aftermarket-Teil für Gardena. Roboter-Rasenmäher verbinden Sie das Niederspannungskabel mit der Ladestation und Transformator-Netzteil. Verlegen Sie das Niederspannungskabel nicht zusammengerollt oder unter der Ladestationsplatte. Durch Zusammenrollen kann es zu Interferenzen mit dem Signal von der Ladestation kommen. Niederspannungsladekabel. Verbesserte Qualitätersatzteile. Doppelt isoliertes Kabel. Kupferdraht. Wasserdicht und langlebig. Danke fürs Zuschauen. Wir haben das Niederspannungskabel.